Ich habe gerade eine Eiskönigin. Ich kann saubern und hexen. Ich kann mich verändern und verzaubere mich von der Höhle zu Mercury Island. Dort schwimme ich mit der Lewin. Ich wache am Strand, spüre einen harten Stein und blute, werde ins Krankenhaus gebracht. Eine Ärztin kümmert sich um mich, dass es mir wieder gut geht. Ich zauber in der Minamai Hausrather bei Hexhex. Ich heierte und bin glücklich. Ich fliege zurück in mein Schloss. Das war mein Abenteuerland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017